Ein Wespen-, Bienen- oder Hornissenstich. Stiche von diesen Insekten sind sehr schmerzhaft und verursachen in der Regel Rötungen und Schwellungen um den Stachel. Es kann zu hoch riskanten allergischen Reaktionen und sogar zum Tode kommen. Daher müsst ihr gut vorbereitet sein, um anderen Menschen und euch selbst helfen zu können. Was solltet ihr tun? Untersucht die Verletzung. Wenn noch ein Stachel in der Haut steckt, solltet ihr ihn entfernen. Tragt ein Antiseptikum oder Salzwasser auf den Stich auf. Ihr könnt die Stelle kühlen, um die Schwellung und Schmerzen zu reduzieren. Trinkt viel Wasser. Wenn ihr eine allergische Reaktion bemerkt, solltet ihr sofort einen Krankenwagen rufen oder das nächste Krankenhaus aufsuchen, um euch medizinisch behandeln zu lassen. Es hat uns gefreut, euch zu erklären, was zu tun ist, falls ihr von einem gefährlichen Tier gestochen oder gebissen werdet. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal. Klickt auch gleich auf die Klinge und gebt uns ein Like.